willkommen zurück zu einer neuen folge von 2 3 haben wir vor einigen jahren schon erledigt ich glaube wir haben ja fast alles mitgenommen allerdings hat es auch hier sehr viel leben gekostet so dann würde ich das glaube ich ganz gerne noch einmal nicht komplett aufdecken okay dort eben nicht alles klar siegels haben wir es fehlen noch ein paar gegner schauen wir doch mal da wäre zum beispiel einer auch ganz witzig mal kaputt zu treten hier war ich auch noch nicht sicher weil wir mit karte wahrscheinlich war ich deswegen noch nicht da die angst vor karten so blau und gelb habe ich die blau überhaupt schon benutzt weiß ich gar nicht aber ja dann dürften wir glaube ich alles soweit haben wie kommen wir eigentlich hier wieder raus wirklich nur über den über die secret oder gibt es noch uns in anderen ausgang scheint mir fast so so dann nehmen wir mal gerade die abkürzung und holen uns ein bisschen munition noch mit der abkürzung umweg eigentlich das gegenteil von der abkürzung was auch immer dieser schalter bringt wenn ich das ding hier auch irgendwie noch mal hochfahren ich glaube nicht da war eine gelbe tür sehe ich gerade hier war ich auch noch nicht drin das war so nicht geplant da geht das führt dann einfach nur wieder runter schade naja dann halt so der raum der karkus bitte etwas länger überleben na komm so hoch und da hoch und da da kann ich überraschung ja dummerweise hat das halt auch echt stark am leben wieder gezogen So, für das bisschen Muni. Ich weiß ja nicht, aber dafür haben wir jetzt alle Gegner erledigt. Ja, dafür gehen wir dann noch etwas geschwächt ins nächste Level. Aber sollte dann ja auch passen. Ach, wir brauchen den roten Schlüssel noch. Okay. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Oder ist der hier auch irgendwo? Okay, den Schalter können wir nicht mehr betätigen. Den können wir. Ich sehe halt hier nur nichts von einem roten Schalter. Den haben wir noch nicht betätigt. Packen wir mal alle auf runter. Gucken, was das bringt. Scheinbar bisher noch nicht so viel. Ah, alle kommen zum... Okay. So geht's dann wohl auch. Endlich mal wieder ein 100%-Level. Wurde ja auch Zeit. Dann ab nach Down-Down. Hoffentlich fängt da jetzt nicht noch jemand an zu senken. Ah, wir hatten noch Kollegen dabei. Das ist gut, weil ich mich hier da fast zerlegt. Okay, ich glaube, ich habe zu wenig Leben für dieses Level. Mist. Autosave, bitte. Nehmen wir mal das. Dann tötet du mal. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier ein bisschen was an Leben kriege. Okay. Na, geht so. Ich speier vielleicht irgendwo, wo ich nicht gerade beschossen werde. Du machst dich aber noch gut, merke ich gerade. Okay. Es gibt Leben, wo halt immer so Kleckerzeug. Aber hey, das sah schon mal schlecht aus. Wie kommst du denn von da oben mal nicht ran? Wie sieht es denn hier aus? Acht Ziegels haben wir hier. Okay. Dann sollten wir doch mal langsam nachschauen. Ihr seid leider nicht zu drücken. So, Serie Nummer 1. Nein, nicht runterfallen. Nicht sterben. Ah, dann gucken wir mal, dass wir hier langsam wieder ein bisschen was an Leben kriegen. Ist doch meistens ganz hilfreich. So, den Teleporter würde ich ungern mitnehmen, weil ich nicht weiß, wo der mich hinbringt. Oh. Ja, Hilfe kann ich gerade gut gebrauchen. Hey. 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 Jetzt kriegt er halt mal ordentlich was ab. Oh, warte mal. Du kommst gerade wie groß. So. 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 Ein bisschen Unverwundbarkeit schadet doch nicht. Oh, die Pikis können da oben eigentlich nichts machen. Von daher lassen wir die vielleicht einfach mal. Ich muss jetzt halt mal gucken, dass ich da an Zeug rankomme. Ja. Ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was gebracht. Hey. Ich denke, wir scheinen da noch ein paar überlebt zu haben. Im Gegensatz zu mir, wie es aussieht. Ein Stückchen für Stückchen. Ah ja. Invasion eben. Doch relativ heftig hier. Ach, guck mal. Ich habe Leben gefunden. Ich gebe es wohl auch wieder. Ich helfe dir mal kurz. Und dann können wir nebenher noch was mitnehmen. So. Du kannst mitkommen. Oh, ein Panzer. Ich bin mir den nützend. Okay. Ich glaube, das ist auch neu. Okay. No, no. No, no. No, no. Warum nicht? So. Dann muss ich mal alles platt machen hier. Ich muss jetzt ein bisschen den Außenbereich hier mal säubern. Ich glaube, so viele größere Viecher haben wir nicht mehr hier. Kann ich den Panzer mit in das Portal nehmen? Kann ich. War das sinnvoll? Eher nicht so. Na gut, dem geht es nicht mehr so gut. Aber hey, probieren wir das Ganze einfach nochmal. Ups. Ich hoffe, das war der, der angeschlagen war. Sorry. 100% mein Fehler. Ja, wir haben noch keine Schlüsselkarte, tatsächlich. Ja, und ehrlich gesagt, so viel bringt der halt auch nicht. Weil hier draußen eigentlich schon fast alles zerlegt ist. Na gut. Paco. Und die haben wir soweit schon. Cool. 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 Und dann ist hier gut. Da ist noch mehr Leben. Sehr gut. Da brauchen wir einen gelben. Hm. Na, ich würde sagen, machen wir nach und nach jetzt nicht mehr die Gebäude durch. Down-Schuss haben wir leider nicht. Den da oben kriege ich von hier nicht anständig. Genau, hier waren die Dings drin. Hm. Versuchen wir doch das nochmal. Zack. Obwohl, nee, hier war ich noch nicht. Cool. Das war das. Da geht's runter. Oh. Interessant. Ich kann da auch gar nicht rein. Hm. Hm. Ah ja. Das erste Zickel dann. Bin ich da nochmal runter? Nicht wirklich. Muss ich aber, glaube ich. Ja, das überlebe ich aber nicht. Gibt ja immerhin keinen Fallschaden. Ja, wie gesagt, rosig ist ganz anders. Hm. Blaue Tür, da waren wir schon. Ähm, wo könnt ihr noch hin? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ist aber auch jetzt nicht so wirklich machbar. Hm. Oh, ein Shotgun voll. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ah, okay, ich kann dann hier runterfallen. Das ist schon mal gut. Was erwartet uns hier? Der Tod. Was ist das denn? Okay. Cool. Jackhammer gefunden. Hm. Vielleicht sollte ich auch hier mal wieder ein bisschen mehr nach den Secrets gucken. Also, ein Secret haben wir. Äh, ich glaube, hier unten in dem Eck, wo ich bin, ist nix großartig. Allerdings brauche ich ja auch noch Schlüssel und so. Von daher, Teleporter. Ah. Da hätten wir ein Secret. Weil es ist ein sehr tödliches. Hm. Mein Kollege. Na ja, ein bisschen Muni. Muni ist das, was ich gerade am wenigsten brauche. Ehrlich gesagt. Hm. Gut, das wäre das Secret hier. Hier unten gibt es noch eins. Aber wahrscheinlich müssen wir da durch dann, ja. Da brauchen wir den blauen Schlüssel. Na gut. Schauen wir in der nächsten Folge hier. Hm. Guck mal, was wir da noch alles erledigen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut. Und ciao, ciao. Tschau. Tschau.